Ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem kleinen bescheidenen YouTube Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ich nehme jetzt erstmal den Heiltrang zu mir und dann spiele ich dort weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ist doch Ehrensache. Ich habe hier eine Katze gehört. Stopp. Wo ist die Katze? Da. Jetzt geht's weiter. Och nö. Och nö. Nicht diese ekligen Käfer, ne? Und dann so viele. Oh, das Dynamit hat gut geholfen. Aber hier sind noch ein paar übergeblieben. Die sind aber auch lästig. Ekelhaft. 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 Och nö. Noch mehr. Haut ab, ihr seid eklig. Ja, gut, dass ich den Heiltrank vorhin eingenommen habe. Ich wollte drauf treten, aber eigentlich geht das nicht. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Echt nervige Teile. Oh, nee. Oh, nee. Was ist da drin? Okay. Boom. Ah, schön. Schön verkokelt sind jetzt. Ein Großteil davon. Da kommen noch mehr. So langsam werden die aber wirklich nervig. Na klar. Das sind viel zu viele. Und noch mehr kommen da. Wie soll ich denn das machen ohne Heiltrank? Ja, das geht so nicht. Keine Munition mehr. Toll. Mit einer Pistole. Mit einer Pistole soll ich die jetzt alle kaputt machen, oder was? Ich hab kein Leben mehr. Kommen da unendlich viele raus, oder was? Was soll ich denn da machen? Da gibt es aber auch nichts, wo man aufschießen kann, oder? Das ist. es reicht doch jetzt ehrlich es wird mehr als das zu stoppen die verrückte Brigade wir hoffen und 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 Reloading. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier tun soll. Zumindest habe ich einen Heilkrank. Und jetzt? Oh, okay. Oh, jetzt verkrabbeln sich auch die nervigen Käfer. Ich habe eine Katze gehört. Das ist ein Heiltrank, nehme ich mit. Wo ist denn die Katze? Man, die ist aber gut versteckt. Da gibt es wieder was zu lesen. Dann schauen wir mal. Verzögerungstaktik. 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 Zwei Mal hat er meine Befehle an die Arbeiter rückgängig gemacht, damit es weiter geht, obwohl ich die Arbeit verzögern wollte. Bitte beeilt euch, Lady 1 oder I oder wie auch immer. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Dann mal weiter. Ein Geist. Oh, schreck, oh, schreck. Heiltrank eingenommen. Und jetzt geht es weiter. Hinten liegt ein Heiltrank. Oder vorne. Oder dort hinten. Ja, wenn man es nennen mag. Oh, schreck, oh, schreck, oh, schreck, oh, schreck. Geht auf damit. Boah, der hat gut gesessen. Boah, der hat gut gesessen. Boah, jetzt übertreiben die aber wirklich. Boah, was ist denn hier los? Boah, ich hab keinen Heiltrank mehr, was soll ich machen? Brutal. Brutal. Brutal? 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 Brutal. 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 Good shot! Pity it's just a statue. Our heroes know an ominous silence when they hear one. Ammo. I'm reloading. I'm reloading. Yeah, then go on to a new one. heiltrank einnehmen und heiltrank aufnehmen wo ist er? da die übertreiben doch hier wirklich das ist so krass die ganze zeit ging es aber jetzt ist das so krass geworden und der schreckpunkt hier ist auch nicht so glücklich gesetzt wie ich finde ja und hier liegt jetzt natürlich kein heiltrank da in der ecke liegt einer begone infernal cat bother the brigade no more our heroes know an ominous silence when they hear one so Das war's. Komm raus, du Kasperner! Ich nehme erst mal den Heiltrank. Dann nehme ich den anderen auf. Dann kann es losgehen. Hoffentlich schaffe ich das jetzt. Wenn ich das hier geschafft habe, werde ich auch einen Cut machen und das Video erstmal beenden. Dammit! 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 Spreak. Heal ich. Das sieht schon besser aus jetzt. Oh, Nelly, ein Champion. Keep your wits about you, strange Brigade. Das hat gesessen mit dem Dynamit. Ja, Kawabonga. Tja, wer will das schon? Das war echt krass. Das war echt krass. Ich weiß auch gar nicht jetzt, wo es hier weitergeht. Ein Heiltrank, sehr gut. Dann schauen wir mal, was in der Geschichte bzw. im Brief steht. Ein Wissenschaftler im Krieg, jederzeit, wenn es ihn beliebt, Professor, rief Gracie und richtete ihre Schrotflinte auf noch eines der Dinger, die ihnen entgegenrutschten. Gut Ding will Weiler haben, Miss Wade Wade, versicherte de Quincy ihr und ließ die Finger erneut über die Symbole gleiten. Wie dumm von mir, die sind ja Akado-Cypriotisch. Das bedeutet, aha, der hier. Lustig geschrieben. Mit dem Betätigen des Symbols stürzte das Dach hinter ihnen ein und zermalmte ihre Verfolger. Gleichzeitig schwang ein großer Stein zur Seite, der ihren Weg blockiert hatte. De Quincy strahlte vor Glück. Meine Entschuldigung, sollen wir? Echt gut gemacht, das Spiel. Auch die Texte, so die Geschichten, die sich da herauslesen lassen. Wunderbar, ich bin echt zufrieden. Oh, Checkpoint-Freunde. Was habe ich vorhin gesagt? Ich werde einen Cut machen. Hier pünktlich zum Checkpoint. Ich denke mal, hier wird es irgendwie hier unten weitergehen. Ich weiß nicht. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Das schauen wir einfach mal beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ihr könnt gerne kostenlos abonnieren, mega fettigen Daumen nach oben da lassen für euren kleinen Johnny-Fettfinger. Und auch gerne kommentieren. Ich lese eure Kommentare sehr, sehr gerne. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch viel Gesundheit und Wohlstand. Ciao, ciao. Euer Johnny. Ich wünsche euch noch alleediautonomie. Ich wünsche euch ein Français.